So, herzlich willkommen zu einem kleinen, ja, immer noch eingeschobenen Aufnahmesession. Die letzte Aufnahmewoche für mich habe ich jetzt gestern aufgenommen, ja, einfach weil ich wegen Umzug so viel möglich im Kasten haben möchte. Und wie witzig, ich nehme immer mit ein Mal für mehrere Wochen auf, es kommt immer wieder zum Gläschen. Egal. So, dann machen wir mal hier so schön. Irgendwie so, machen wir mal, keine Ahnung. So, schützen. Mittlerweile ist mein Zoom auch komplett leer, ich hoffe, es schaltet nicht zu sehr. So, Lord. Sind wir überhaupt? Ach, okay. Ach, nein, das, ja, okay. Ja, hier muss man aufpassen, man muss sich immer am Rand halten. Sonst ist man weg. Dinge, ich glaube, es geht ab. Gut, ich glaube, ich komme ab. Ich glaube, ich glaube, es geht ab. Hier ist ein Schlager, aber auch immer wieder. Ich glaube, es geht ab. Ich weiß nicht beim Schwerken. Ich bin doch ein Schlager. Ich bin doch nicht im Schwerken. Ich habe die Schlager, aber das ist nicht so gut. Ich bin, ich bin es ejemplo. Wir können nicht verureusen, sondern du zuvor? Ich habe die Schlager. Ich habe die Schlager, das ist nicht so gut. Okay. Das war's für heute. oh alter ich hab beide reingefallen das war jetzt dies von den ganzen fischern oh oh Das war's für heute. 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 War das clever? Nein, noch nicht clever. Das war's für heute. Ich geh schon wieder nach Spawn, ey. Das ist doch... Und cool. Das war's für heute. 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 was hat man das? da vorne ist noch einer was hast du jetzt hier? oder kann ich jetzt nur bohlen? gott dammit ach so irgendwas mussten wir doch jetzt haben wir jetzt eine maske bekommen? was haben wir denn gerade bekommen? wir haben einen schalter umgelegt, wir haben uns einen schalter umgelegt, das heißt irgendwas muss jetzt hier passiert sein ja wer ist hier? wer ist hier? ja siehste, die Tür können wir heute schon mal direkt aufmachen einfach weil ich gerade nicht weiß wo ich bin bin ich denn hier jetzt gelandet? ähm hallo ich bin jetzt der Postbote da hinten ist noch einer hier wackelt gerade alles ich bin mal lieber wieder raus guck mal ob ich einen entdeckt Moment schon mal ach so das ist der hier hatte gerade hier vorne noch ein Teleport aber das ist der hier da gerade sicher da vorne da vorne da vorne ja Oh! 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 schau doch bitte was ist mit dem los ja klar ich wurde natürlich wieder zwischen einem tier der moment ich will mich dass die dabei keinen schaden schmerzen gibt es ja noch mehr guni oder nur diese komischen flash games so ich fahre auf der seite, mal gucken ob die andere Seite auch nicht auf ist nein das heißt wir müssen jetzt noch die andere Seite aufbekommen ja Oh, eine Seite fehlt noch. Ja gut, so komme ich jetzt hier weiter. Habe ich den schon besiegt? Oh. Hä? Hä? Habe ich hier nicht gerade nachgeguckt? Das Ding war doch gerade noch um. Leu. Na gut, ich habe mir vorgesagt was. Hä? Ach, bitte, bis sind auch noch zwei. Ja, leck mich doch am Arsch. Oh, ey. Oi. Hä? Trifft doch mal bitte. Ich habe nur noch 13% Leben. Digga, warum sind immer wieder 50 auf einem Stück? Äh, auf einem Fleck. Oh, komm, leck mich, Alter. Ja, schau, so kommt das natürlich nicht raus. Ach, Mann, komm, ganz ehrlich, ey. Geht vielleicht auch nicht. Das Problem ist, ich denke, die haben hier drinnen keine Geschwindigkeit. Die können überall mit einmal sein, solange das eine Fläche ist. Das heißt, wenn ich da hingehe, sind die auch alle sofort da. Das heißt, ausweicheln geht nicht. Und 50 Typen mit einmal besiegen gehen auch nicht. Vor allem, wenn mir eine Fliege gleich 20, äh, 25% Punkte abzieht. Und das kommt direkt hin, direkt die Nächste. Ey, dieses Durchschießen. Wow, 33% Leben. Das ist einfach nur dum. Einfach nur so dum. Das ist einfach nur so dum. Das ist einfach nur so dum. Also, es gibt eine Fläche. Das ist einfach nur so dum. Oh, nein. Oh, das ist einfach nur so dum. Ich bin so dum. Alter! Oh! Sieht aber schon schick aus. Danke. Oh, komm jetzt mal her. Boah, ich meine, schlittert hier schon wieder so extrem mit diesen Treppen. So, dann haben wir wieder so, wo verdient man nur Prozent? Was ist hier? Aha, nochmal, ja klar. So, das Ding macht jetzt genau was. Aha. Ooooooh! Hä? Oh, ich war mal hinter mir. Ach, komm. Ich drück die mal hier hin, dann kann man sie besser fertigen. Okay. So, jetzt müsstest du dich eigentlich auf der anderen Seite mitgefunden haben, oder? Ja. Oh, Alter! Meine Fresse! Das ist ja gut jetzt. Oh! Okay. 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 Kommen wir. Kommen sie mal. Okay. 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 Was geht hier an? Okay. 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 Oh! Okay. Huh! Hey. Oh, okay. Okay. Good. Let's finish here. Okay. Okay. You can see I don't go now. Okay. So. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Nichts drauf. Getrug ist das. Ah, komm her. Ah, komm. Wie viel Kater? 2 Punkte. Easy. Ähm. Das Ding hab ich grad komplett vergessen. Zum Glück hab ich das so durchgeschützt. Komm jetzt hier. Komm jetzt hier. Oh, ho ho. Guck. Äh. Wack. 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 Was? Was? Ah. Ah. Jetzt hätte ich aber schon gern Flash gehen. War ja eins, nein. Hier auch nicht. Wo war denn eins? War ja nicht irgendwo eins, aber das ist schon aufgesammelt. Oh, nicht doch. Ah, nicht. So, jetzt muss ich wieder zu diesem komischen Denkster loswerden. Ja, ich wollte da eigentlich rüber springen. Ich habe noch 70 Prozent. Es wird doch mal weniger. Komm, leck mich hier. Ich bin ehrlich. Oh, komm. Nein, kein Problem. So. So. Ich weiß nicht, dass wir die Flaschen hier sind. Das ist nicht. Natürlich nicht. Ich weiß nicht. Hallo! Wir nehmen ja. Also, das ist ja hier. Einfach beteiligt, dass wir uns daneben stehen. Das ist wahrscheinlich am effektivsten. Ja, das ist ja hier. Das ist ja hier. Das ist ja hier. Oh, das ist ja hier. Ja. Das wird's aber. Geht doch. Meine will. So, hier wird's noch. So, jetzt muss ja das hier runtergehen, oder wie jetzt? Okay. Ah, ja, okay. Wow. Jo, da unten sind schon wieder diese komischen Viecher. Oh Gott, Alter, die geben wir echt kaputt. Oh Mann, der Swarm noch welche. Hier jetzt auch? Oh Mann! Ääh, Moment, ich will's dir sagen. Dach dir, ne? Ich glaube ja. Kann ich einfach rüberspringen über die Viecher? Meine Fresse. Natürlich kann ich nicht drüber springen, weil auch wenn die im Wasser sind, hat natürlich die volle Hitbox, klar. Das heißt, ich laufe auf Luft. Das ist so dumm. Was mache ich mit dem Feature? Da, der lauert da einfach da rum. Da sind drei Stück einfach. Das ist dumm. Wie viele das einfach sind. Wow. Hallöchen. Ganz viele Vögel. Okay. Also, die sind vielleicht Schalter. Ja. Verpasst. Hm. So, da ist ein Kreuz. Oder ein Stern. Der macht aber genau gar nichts. Oder auch doch. Oh. Okay. Dankeschön. Oh, Alter. Kann ich jetzt einfach zurück? Muss ja. So, damit haben wir die beiden grünen Türen schon mal abgeschlossen. Nochmal Verifikation. Genau, das war das Ding, wo wir gerade eben waren. Und die andere grüne Tür war die hier. Ja, boah. So, jetzt waren wir in der gleichen. Also, muss ich jetzt runter. Da. So, dann war das nämlich, das, wo wir zuerst waren. Äh. Genau, das ist ja mit diesen Adlern. Gut, dann können wir uns jetzt über den Gaten-Türen kümmern. Das wäre dann einmal die, da. Oh. Ja, komm, wir machen jetzt die obere. Äh. Auch nämlich das Eisgebiet. Also, das Eisgebiet habe ich recht gesagt, kein Bock. Diese Eisviecher, die sind, äh, ein bisschen zu gut. Ach, komm jetzt. Statt. Was? Warum? Ist es da oben auch glatt oder was? Keine Ahnung. Oder bin ich gerade echt reingelaufen in diese Lücke? Ich meine, das würden wir eh nicht sehen, dass ich da einfach so reinlaufe. Ähm. Hier gibt es einen Taler. Hier gibt es noch einen Taler. Hier gibt es eine Treppe. Die nirgends wo hinführt. Oh. Keine Gewalt hier. Ich gehe ja schon. So. Ähm. Oh, ist denn das schon? Ach, dahinten gibt es eine Maske. Schon wieder Masken? Ist doch hier ein Maskenball oder was? Wow. Ich kriege jetzt sogar schon... Ach, jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Wow. Warte mal, warte hier. So, was ist hier? Ein Schalter. Oh, ich werde da. Der Falter noch jetzt genau weiß. Oh. Keine Mutter Falter. Äh. Alter, das war schon eine geile Optik. Aua! Fuck, die schießen da oben. Hä? Warum kommst du denn jetzt schon wieder her? Oh Mann, viele Gegner hier von allen Seiten gleichzeitig. Und noch einer. Gibst du noch mehr oder was? Nein. Boah, von hier noch mehr. Ist ja gut jetzt. Was? Hier steht die Erdbebe. Wie geht das denn los? Ich glaube, wir machen jetzt noch Feierabend. Wir machen direkt Feierabend. Tschau mit Feierabend. Ich bin gleich.